Wie ist damit umzugehen, wenn der Verhandlungspartner auf Distanz geht? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ford Forgaini. Ich bin Verhandlungsberater. Heute haben wir ein weiteres Video zum Thema Verhandlungsführung. Um dieses Thema zu erläutern, möchte ich mit einem Beispiel starten. Etwa zweieinhalb Jahre ist es her, ein Mandant von mir hatte Verhandlungen mit einem Verwandten. Die waren sehr eng zusammen. Und dieser Verwandte war in der Lage, meinen Mandanten persönlich zu verletzen. Das hat immer meinen Mandanten emotional aus dem Gleichgewicht gebracht. Also hat mein Mandant versucht, Direkttelefonate oder Direkttreffen mit dieser Person zu meiden. Und hat fast die gesamten Verhandlungen per E-Mail geführt. Und E-Mail ist der schlechteste Kanal für die Verhandlungsführung. Ich wusste nicht vorher um die Dynamik. Also wollte ich meinen Mandanten dazu dringen, erst einmal tatsächlich Direkttreffen oder Direkttelefonate zu vereinbaren. Als ich aber herausfand, was der Grund war, sind wir dann bei E-Mail in der Tat geblieben. Ausnahmefall. Das heißt, in dem Fall ist mein Mandant auf Distanz zu seinem Gegenüber gegangen, um sich selbst zu schützen vor Verletzungen, vor zwischenmenschlichen Verletzungen. Ich weiß, dass ich mal ein anderes Video mal gedreht habe zum Thema Unternehmensverkauf. Und da wollte ein Inhaber sein Unternehmen verkaufen, kurz vor Abschluss. Allerdings hatte er sich rar gemacht und ist auf Distanz gegangen. Und am Ende kam es heraus, er wollte, dass der Unternehmensname beibehalten wird. Jetzt habe ich mal ein Video gedreht, wird auf meinem Kanal sein. Ich schaue mal, dass ich den Link hier in die Beschreibung einbette. Auf jeden Fall, am Ende kam es zu einem Treffen zwischen dem Inhaber und dem Geschäftsführer des Investmentunternehmens. Und da hat der Inhaber die Katze aus dem Sack gelassen und sagte, dass er wollte, dass der Name des Unternehmens beibehalten wird. Denn das war sein Familienname. Das heißt, in diesem Fall ist der Verhandlungspartner auf Distanz gegangen, weil er Interessen, Motive hatte, die er nicht offenbaren wollte. Vermutlich war er der Meinung, er kann sein Ziel nicht erreichen, diese Motive nicht bedienen. Das heißt, er kann nicht dafür sorgen, dass der Name beibehalten wird. Oder er meinte, er würde einen zu hohen Preis dafür zahlen. Oder aber die Offenlegung von diesem Motiv war für ihn schambehaftet, mit einem Schamgefühl verbunden. Weil er ja jetzt letztendlich dadurch seine Eitelkeit offenlegen würde. Und abschließend möchte ich von einem anderen Fall berichten. Da ist unser Gegenüber immer auf Distanz gegangen, hat Direkttermine vermieden, Telefonate waren schwierig. Wir mussten Termine mit dem Gegenüber wirklich mit sehr viel Abwägung und Taktik und Technik erzwingen. Und das hat die Person gemacht, weil sie rhetorisch nicht besonders gewieft war und bei einem Direkttreffen sehr stark unter Druck geriet, ihre Positionen nicht vertreten konnte, einerseits. Andererseits, aber auch damit verbunden, war sie wohl der Meinung, oder sie nahm an, sie kann sich in dieser Art, in dem sie Distanz erzeugt, besser durchsetzen. Was haben diese Situationen allgemein? Dass sie alle unterschiedlich sind, erst einmal. Das heißt, wenn ein Verhandlungspartner auf Distanz geht, kann es unterschiedliche Gründe haben. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Gemeinsamkeit. Wenn jemand auf Distanz geht, dann versucht die Gegenseite näher zu erzeugen. Und je mehr man versucht, als Verhandlungspartner näher zu erzeugen, sich auf dem anderen zuzubewegen, umso mehr bewegt man sich, ob man es will oder nicht, in eine Bittstellerposition hinein und verliert an Macht zwischenmenschlich dem anderen gegenüber. Deshalb muss man sehr gut abwägen, wenn ein Verhandlungspartner auf Distanz geht. Das bedeutet, er macht sich rar, er ist selten zu kontaktieren, oder er meidet Direkttermine, Direkttelefonate. Da muss man sehr gut abwägen, wie viel Zeit und Mühe man darin investieren möchte, um Näher zu erzeugen. Denn je mehr Zeit und Mühe man darin investiert, umso mehr bewegt man sich automatisch in der Hierarchie nach unten. Und einerseits kann man in der Regel den Gegenüber noch schlechter erreichen, andererseits verliert man, wie bereits erwähnt, an zwischenmenschlichen Machtpositionen. Der interessante Punkt dabei ist, dass diese Dynamik, wenn sie einmal entstanden ist, die färbt sich ab auf Folgegespräche und Folgeverhandlungen. Das heißt, wenn einmal ein Gefälle auf der zwischenmenschlichen Ebene entsteht, wenn man in eine Bittstellerposition hineingeht und an Macht verliert, dann hat das eine Wirkung auf Folgeprozesse, die man beim Verhandeln eben zu durchlaufen hat. Und unterm Strich, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen auf Distanz gehen, Verhandlungspartner, aber es gibt nur einen Grund darauf, Acht zu geben und zu schauen, dass das Geben und Nehmen im Sinne von Distanz und Nähe ausgewogen bleibt. Ansonsten hat man als Verhandlern Nachteile. Dass man nicht zu sehr dem anderen praktisch hinterher läuft, ansonsten nimmt man eine Position ein, die man nicht will. Ich hoffe, diese Schilderung und das Erwähnen der Fälle, der Beispiele, dass diese für Sie verwertbar sind, dass Sie diese nutzen können. Und ich drücke Ihnen die Daumen bei den Verhandlungen, die Sie haben. Viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank!